So, liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde, da, da, da sind wir wieder. Okay, wir können schon beschleunigen. Willkommen bei der Familienbande. Wir forschen gerade ein bisschen durch, machen die üblichen Dinge, haben viel zu viele Ressourcen angehäuft in den meisten Hinsichten. Und da wir die Alchemist jetzt angeschmissen haben, sollten wir vielleicht anfangen Schwefel zu hacken. Viel Spaß. Abbeläste bitte. Eure Arbeiter bezahlen ihre Schuld. So. Von hier aus bestellen wir schon mal ein paar Schützen. Gruppe 2. Hätte ich auch gerne ein paar berittenen Armbrustschützen, gebe ich zu. Aber wir werden ein bisschen Nahkämpfer brauchen, also nehmen wir erstmal schwere Kavalerie. Die wir erstmal aufwerten. Gruppe 2. Wir haben ja ausreichend Bevölkerungsplatz. Schwefel explodiert natürlich jetzt sofort. Ja, zwei Leibis würden eigentlich reichen für den Schwefel. Egal. Wir werden schon irgendwann Minen kriegen. Ach genau, Gruppen dürfen wir gar nicht benutzen. Oh nein, Gruppen dürfen wir gar nicht benutzen. So, genau. Gruppen sind ja keine Möglichkeit. Was ärgerlich ist, denn ich mag Gruppen eigentlich. Auf meinen Befehl. So, das heißt, wir müssen das Ganze manuell machen. Oh, das wird mich im Ehren treiben. Ah ja. Schauen wir mal, was die Wache dahinten zu erzählen hat. Wir haben jetzt ein paar Soldaten zur Hand. Beten brav. Fortsch mal die schweren Scharfschützen hoch. Guten Tag. Nix zu melden. Was ist denn jetzt hier? Wir haben auch keine Kundschaft da beschafft. Das fällt mir gerade ein. Da eine Taverne hin. Hier. Wir benötigen eine Taverne, eine Architektenstube und ein Wohnhaus. Viel Spaß. Und ihr könnt hier rüberkommen. Kimme und Korn müssen erforscht werden. Rechseln haben wir noch nicht. Aber es gibt noch Obdach. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Ja, nicht mehr lange. Das lassen wir uns nicht an. Hier machen wir ein Wirtshaus draus. Fertig, Meister. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und dann möchte ich... Ah, hier darf nicht gebaut werden. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Okay, ab dem Punkt. Eure Gelehrer haben eine neue Technologie erforschen. Da, so. Ausbau abgeschlossen. Einen Moment. So. War Zeit. Da. Muss ich kurz auf was antworten. Ah, Sabotage bitte. Halt. Erstmal Kundschaft da bestellen. Und dann Sabotage. Ich würde jetzt schon mal Gruppen machen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, Kunji. Und du, Kunji, gehst hier rüber, weil wir den Bereich da abprüfen möchten. Und du, Kunji, gehst hier rüber, weil wir hier so einiges zu sehen haben. Hier darf nicht gebaut werden. Und bitte einfach ein paar Türme hier, so, damit wir das Gelände im Blick behalten können. Und ich möchte diesen wunderschönen Wasserfall gerne aufdecken. So. Interessant. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Haben wir, wir haben keine diplomatische Verhältnisse zu irgendwem. So, wie sieht es da oben aus? Und wie sähe es theoretisch mit einem Batzen Kanonen aus, die wir bauen könnten? Haben wir wohl einen guten Platz für eine Gießerei oder mehrere Gießereien? Wir brauchen gerade keine Kanonen. Wir doch nicht. Hier hakt da hinten mehr Holz. So, und was haben wir hier? Nun, das ist einfach nur verdächtig. Ein paar schwere Scharfschützen, damit wir was gegen Gebäude haben auf die Entfernung. Ohne Gruppen wird es ein bisschen ärgerlich, Leute vernünftig zu kommandieren. Aber das kriegen wir schon hin. Ich verstehe, warum wir keinen Wetterwechsel forschen dürfen. Wir könnten damit eine ganze Menge Schaden anrichten. Selbst von hier habe ich fast schon das Gefühl, wir könnten die Kaserne da oben erreichen. In den richtigen Umständen. Von hier oben aus kann man sich eine ganze Menge auch zerstören. So, was haben wir denn hier so? Hm? 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 Gut zu wissen, bauen wir die Brücke. Wir machen einen kleinen Klicksave und zimmern die Brücke rüber. Wir können rübergehen auf die andere Seite oder den ganzen Konflikt lostreten. Wir müssen unsere Stiefschwester holen. Baut die Brücke. Aber wieder? Aber wieder? Nein, 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 nein. Natürlich. Nein. Nicht die Apfelbäume. Die Psychopathen. Beten. Wir können die Steuern normalisieren. Wir haben heute noch 40.000 Taler. Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Kanönsche. Kann nicht in Bauen werden erst in die da, wo die Front sie erfordert. Also lassen wir den Brot nach vorne. Gut, Ari. Gehen wir mal rüber. Nehmen wir den Kunschi mit. Und die schwere Kavalerie. Und einfach alles. Wir nehmen einfach alles an Soldaten mit. Achtung. Achtung. Ihr habt das Gebiet der Barbaren betreten. Ihr fühlt sich bedroht und werdet in Kürze angreifen. Schützt euer Hauptquartier. Vorwärts. Zeigen wir ihnen, wie bedroht sie wirklich sein sollten. So soll es sein. Wir machen eine bedrohte Spezies aus denen. Jawohl. So sollen sie nur angreifen. Guten Tag. Ja, eure stinkende Ballistertürme sind mir so gleichgültig. Ich suche. Ari gehen ein bisschen spazieren. Okay, da hinten sind erstmal Kanonen. Das ist erstmal inakzeptabel. Wir überrollen die mal ganz kurz. Unsere schweren Reiter interessieren sich nur sehr mäßig für Ballistertürme. Okay, jetzt haben sie einen Schaden bekommen. Oh, sie haben einen Sperrträger. Mach mir die Türme weg. Schützen. Nicht selbst umbringen. Ihr seid Idioten. Okay, da ist ein Schießplatz. Den will ich am wenigsten in Existenz sehen. Sofort. Bis in den Tod. Wir erledigen das. Okay, geht mal durch. Hier sind zu viele Türme. Die Reiter leiden gerade ein bisschen sehr darunter. Wir holten Schaden. Feuer. Wir hätten Ari mitziehen oder vorziehen müssen. Ich bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt. Attacke. Wenn ihr es für richtig haltet. Yeah. Den Turm, den Turm. Ari Beleid beschäftigt die Ballistertürme hier hinten. Wir kümmern uns darum. Hier hinten gibt es Schwefel. Peace. Leert sie das fürchten. Bis in den Tod. Ihr werdet angegriffen. Position halten. Wir kümmern euch darum. Um die Zitadelle. Wenn ihr gerade nicht beschossen werden könnt. Was tust du da? Position halten. Da sind Telebarten, die euch töten wollen. Wir wissen, dass von dort hinten aus Reiterei kam. Ari bleibt in Bewegung. Euer Wunsch ist mir befehl. Sicher. Na gut. Wenn ihr wollt. Na gut. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Sicher. So. Ari geh dich mal ganz gut hinten regenerieren. Schieß auf die Zita. Ach sieh an. Macht das weg. Ja. 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 Die ganzen. Macht die Türme weg. Na gut. Ich bin schon unterwegs. Na gut. Na gut. Freilich. Ja. Natürlich. Wenn ihr wollt. Na gut. Sicher. Wir räumen einmal die Türme komplett aus. Diese Art und Weise. Attacke. Ich bin schon unterwegs. Wie ihr wollt. Na gut. Ihr werdet angegriffen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Wie ihr wollt. Na gut. Ja. Ich bin schon unterwegs. Ja. Na gut. Ja. Sicher. Attacke. Wenn ihr es für richtig haltet. Auf sieh. Da hinten rüber. Ich werde tun kann nicht mehr schießen. Angriff. Wenn ihr es für richtig haltet. Wenn ihr es für richtig haltet. Alle zurückziehen. Wir sind ein gutes Stück zurück. Was machen unsere Schützen da hinten? Okay. Die Reitreihe muss von da gekommen sein. Der kann sie gar nicht. Ah. Wird gemacht. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. Ich werde mal zurück. Ja mein Herr. Attacke. Leert sie das fürchten. Ja Herr. Ich muss sich halt ein bisschen regenerieren. Eher sie sich auf den Turm stürzen kann. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Ja. Wo ist die Kavalerie angekommen zu kommen? Also die Position. Okay Ari kann die Ballaststürmer auf sich ziehen. Ihr könnt nicht mehr in den Schießplatz kammern. Ari die Leib eigener. Böse die Leib eigener. Mach den mal weg. Sie sollte ja nicht ersetzbar sein. Das Risiko besteht natürlich, dass sie ihre Türme wieder aufgebaut haben. Deswegen müssen die Leib eigener jetzt durchaus sterben. Wenn sie dafür zur Schießanlage kommen und wir sie nicht Stück für Stück niederjagen müssen, umso besser. Also die Position. Was Ari das mal. Nein. Ja. Lass das mal machen. So. Viel Spaß. Halt Stopp. Pist. In Ordnung. Dann gehen wir hier entlang. Sieht durch mein Fernglas. Ja mein Herr. Ja mein Herr. Ja es kam Kavalerie, aber da gehen wir noch nicht den Gang da oben lang. Das kann ich. Und räumen wir es mal hier auf. Er greift sie. Yeah. Wir erledigen das. Ja Herr. In Ordnung. Jawohl. Können wir könnten halt eventuell wieder aufgebaut worden sein. Wir kümmern uns darum. Sofort. Ja Herr. Oh stopp. Sofort. Angriff. Wie viel Leibes Leben da bitte noch. Seid unbesorgt. Er greift sie. Ihr werdet angegriffen. Habt ihr. Was macht ihr da? Wo kommt die Leib eigentlich schon wieder her? Ja mein Herr. Ja. Na gut. Freilich. Er greift sie. So. Er greift sie. Auf in den Kamm. Schützen. Ich bin manchmal einfach enttäuscht von eurer Performance. Das ist schon manchmal einfach nur traurig. Attacke. Feinde haben einen Held attackiert. Ja. So. Jawohl. Ihr geht nach hier unten. Wie ihr wollt. Leibes. Von hier oben. Wir hätten gerne Reiterei hier unten in der Region. Also kommt schon mal nach. Eine Reiterei und ein Schießplatz. Unsere Reiter haben ein bisschen zu sehr gelitten. Für meinen Geschmack. Wo kommt ihr her? Ihr habt doch noch eine Burg irgendwo rumstehen. Ari. Den Beschuss weg. Weiter. Wir müssen das ganze Zeit bis zur Kontrolle kriegen. Da hinten hin. Was ist das auch falsch? Da hin. Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja. Von da hinten kommen Leib eigener. Es ist die Zeit. Wir werden hier... Ach. Dieser Turm hat schon ein Ziel gewechselt. Tinkt ein agastiger Turm. Drauf darf. Ich geniurier den Leichenreiter unten für den Moment. So. Ja, ja. Von dem Schießplatz. Was soll das denn bitte für eine Peinlichkeit? Tötet sie. Ari. Weiter. Ja, mein Herr. Jawohl. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet... Leert sie das fürchten. Wenn ihr es für richtig haltet... Ergreift sie. So. Attacke. Hält sie. Und da drauf. Leert sie das fürchten. Freilich. Wenn ihr wollt... Wenn ihr es für richtig haltet... Wie ihr wollt. Ari findet mir kurz heraus, ob hier noch ein weiterer Turm rumsteht. Ja, natürlich steht da noch ein Turm. War sogar. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet... Natürlich... Hier sogar. Ja. Freilich. Wenn ihr wollt... Auf in den Kampf. Na gut. Was? Lassen Sie das... Lassen Sie das reparieren. Macht ihr das jetzt mal weg. Die Klügeren immer nachgeben. Geschieht nur das, was die Dummen wollen. Geht nur da drauf. Wenn ihr wollt... Wie ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Zahlt da. Wenn ihr wollt. Wie ihr wollt. Wenn ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Ari kriegt ja zu viel Beschuss in meinen Geschmack. Wie ihr wünscht. Sie sollen sich zurückziehen und bis nach regenerieren. Ja. Ihr sollt auch geteilt. Halt. Okay. Zuerst die Scharfschützen. Baut eine Kaserne. Wir haben hier noch keine. Wir sollten vielleicht mal durchforschen, was das angeht. Oh nein. Ich habe schon eine 3 gedrückt. Was tut ihr da? So Ari, jetzt hältst du genug aus. Wir ziehen die Reiter mal kurz zurück, um sich aufzuforschen. Ari soll er weitermachen. Nachher diesen gestorben. Mir egal. Hier rüber. Die Hälfte der Schützen soll sich nicht zurück. Forschen Lanzenträger hoch. Ihr hackt Holz. So. Punchy, komm mal runter. Manchmal funktioniert der Doppelklick nicht so, wie er soll. So. Hier rüber. Einmal schöne kleine Wachablösung machen. Das ist mir befehl. Ja. Für euch doch im. Gerne. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Was ist das? Dafür sind wir genau die richtigen. Verdammte altmodische Musketen. Ich habe gerade eine Hälfte gesehen. Dort oben im Baum. Zahlt da. Ich bin schon unterwegs. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Hälfte gesehen. Dort oben im Baum. So. Haben einen Held attraktiert. Weiter. Drauf da. Er greift sie. Sicher. Weil es alle drei Türme auf Ari schießen. Wenn ihr wollt, natürlich, sicher, wie ihr wollt, sicher, natürlich, sicher, 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 natürlich, für Ruhm und Ehre, sicher, Forschung abgeschlossen. Auf da. Wir werden siegen. Sicher. Waaah. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir kümmern uns darum. Gern. Schaut in die Ferne. Gut. Da ist die nächste Welle von denen unterwegs. Vorwärts. Empfangen wir sie ein bisschen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr werdet angegriffen. Stopp. Natürlich erwischen die sofort, wie wir uns auch schützen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ergreift sie. Jawohl. So, Gruppe Null. Wir haben da hinten jetzt die Möglichkeit für Schwefelminen. Oh, das Gebiet der Barbaren. Hier oben ist noch... Oh Gott, die haben noch Kanonen. Ich zeige euch den Weg. Ihr Forschungsverband. Gut, das Barbarengebiet ist vielleicht noch ein bisschen größer als gedacht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Säupt werden gezahlt. Leibis. Wir wollen zwar erst eine Schießplätze vorne haben. Nichts lieber als das. In Ordnung. Euer Wunsch ist mir befehlen. Und dann können wir die Minen besetzen. Und auf Bergwerke hochzimmern. Beschleunigen wir ein bisschen. Schützen halten es jetzt sehr aktuell aus. Daumen ist was Rotes. Letzten Jahr, bei der Resten schützen die Arbeit. Natürlich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wenn's denn sein muss. Neu formieren. Fertig, Meister. Aber sicher doch. Aber sicher doch. Direkt ausbauen. Direkt ausbauen. Schaut in die Ferne. Ja. Seht durch mein Fernglas. Das Gebäude ist ausgeboten. Es gibt nicht genug... Da ist das Teil. Schafis. Fertig, Meister. Zahltag. Ger. Wie er befehlt. Ausbau fertig. Wie er befehlt. Ich hab getan, was du wolltest. Na, nicht erreichbar finden. Ausbau. Fertig. Ausbau. Mach dir mal ein bisschen Holz. Ausbau. Aus... Halt. Ausbau. Gut. Okay, wir werden nicht von den Klippen beschossen werden. Ari, geh vor. Wenn jemand Kanonen beschossen ins Gesicht kriegen sollte, dann bist du das. Das ist die einzige Person hier, die das effektiv überleben wird. Es sei, es sind zu viele Kanonen auf einmal, dann ist das natürlich Pech. Was die Barbaren zwei Basen haben, ist natürlich jetzt leicht ärgerlich. Wenn ihr wollt. Für Ruhm und Ehre. Ja, Herr. Natürlich. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, Herr. Ja, Herr. Bis in den Tod. Na gut. Ja, Herr. Ein Held ist in großer Gefahr. Lustig. Feuer. Ist in den Tod. Nur nicht. Jawohl. Wie ihr wollt. Nur Mut. Wir werden siegen. In Ordnung. Dann stellen wir uns jetzt gleich hier oben auf. Wie ihr wollt. Ari kann sich weiter umschauen. Macht sie nieder. Lütter ist der Finders. Lustig. Freilich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Euer Wunsch ist mir befehlt. Sicher. Na gut. Ja. Gibt es noch irgendeinen Turm? Sicher. Nur um sicher zu gehen, dass es nur einer ist. Gut. Kavallerie. Macht weg den Laden. Sicher. Wenn ihr wollt. Aber lassen geht dort in Positionen. Ich zeige euch den Weg. Sieht hier. Ari können wir die Spitze übernehmen. Und wir gehen hier weiter entlang. Die Bahn hier einmal komplett ausgeräuchert haben. Wird gemacht. Macht sie nieder. Wenn ihr es für richtig haltet. Natürlich. Ja. Wie ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Macht sie nieder. Ja. Was haben wir denn hier? Bei der Hütte. Wir erledigen das. Sofort. Noch nicht so viel. Hier haben wir eine weitere Brücke, die auf uns zukommt, schätze ich. Schaut in die Ferne. Nur Mut. Wir werden siegen. Natürlich. Na gut. Zahltag. Sicher. So. Wenn ihr wollt. Natürlich. Natürlich. Freilich. Sicher. Ja. Kanona. Auf sie. Wir sind zurück. Kommt auf die Kanona. Wir zeigen, was ihr gelernt habt. Leert sie das nicht. Schaut da hinten drauf. Sicher. Ihr bleibt. Jetzt steht die Kanona. Auf in den Kampf. Ja. Ich bin schon unterwegs. Kavalerie. Stimmt vor. Sicher. Wenn ihr wollt. Ja. Ja. Alles, was hier drauf schießt, kann es aktuell beschäftigt. Ja. Was hat der da? Feinde haben einen Held attackiert. Wenn ihr wollt. Ja. So, alles andere rückt bis hierhin vor. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Harry. Nein. Nein, 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 nein. Der Beschuss darf nicht auf die Reiter gehen. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Freilich. Wird gemacht. Auf den nächsten Turm. Hier befehlt. Wenn ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Ja. Wenn ihr es für richtig haltet. Fortschützen geht auch zum Angriff über. Ja. Wenn ihr es für richtig haltet. Ich bin schon unterwegs. Wenn ihr... noch gedeckt von weiter unten. Scheinbar nicht. Feuer. Begreift sie an. Wenn ihr es für richtig haltet. Freilich. Wenn ihr wollt. Lauf, Ari. Reiterei hat auch nicht selbst umzubringen. Ist in den Tod. Ihr werdet angegriffen. Auf da. Wir werden siegen. Komm schon, Ari. Du musst es nur durchhalten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sicher. Angriff. Auf die nächste Festung.